Guten Morgen, Willkommen zurück zu einem Let's Play. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Und wie ich gesehen habe, schauen sich sogar irgendwelche Leute mein Video an. Finde ich schön. Also so drei, vier, fünf Leute. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ja gut, wahrscheinlich, sonst würdet ihr es ja wahrscheinlich nicht anschauen. Und wir machen weiter mit O of Destruction. Und finden jetzt heraus, was hinter dieser Tür ist. Und es sind noch mehr Gegner. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und da hinten auch einer. War klar. So, und noch mehr Gegner. Ja, genau. Ich schieße wieder kilometerweit vorbei. Und ich habe Grafikfehler. Die sieht man, glaube ich, sogar im Video. Finde ich nicht schön. Nicht schön. Aber was will man machen? Gut, ich kann jetzt zwei Stunden lang an den Grafikeinstellungen rumspielen. Und schauen, ob ich sie wegbekomme. Aber ich glaube, das dauert zu lang. Die wollen wir nicht haben. Noch nicht. Und da kommen noch mehr. Und, hä? Was war denn das jetzt? Oh, ich habe keine Munition bei einem Raketenwerfer. Fällt mir früh auf. Und, was war das? Egal. Du bist tot. Ich nicht. Ha, ha, ha. Und, uh! Naja. Noch nicht. Noch nicht. Sagen wir noch nicht. Und, warum habe ich in der Welt keine Musik? Ist doch scheiße. Oh, die nehme ich besser noch nicht auf. Oh! Jetzt weiß ich, wo das herkommt. Aber ich kriege ich. Hä? Und, ich bräuchte langsam wieder weg. Help, help. Und, ja. Nee, für die reicht die normale. Die normale. Und, uh! Hör auf damit. Ist doch nicht nett. Raketenerfer. Wie viel habe ich denn gekriegt? Oh, eine Rakete. Ganz toll. Kann ich mir jetzt was kaufen von. He, he, he. Und noch eine. Yeah, zwei Raketen. Das bringt mir jetzt so direkt gar nichts. Und ich sammle den Key auf. Und. Gegner. Nein? Dann drücke ich den Knopf. Auch nicht. Nee, dann nicht. Dann eben nicht. Wenn ihr nicht wollt. Wer nicht will, der hat schon. Ich hätte es echt, aber dass da noch ganz viele Gegner kommen. Oder sie ist da draußen. Auch nicht? Nein. Das verwundert mich jetzt. Helme. Helme, Helme, die nehmen wir mit. Jetzt setzen wir der Helme auf. So 20 Stück. Und ich wusste, dass da Gegner kommen. Mussten, äh, irgendwo mussten Gegner sein. Das wäre es nicht Doom, ne? Und. Oh, das ist ja gar nicht. Das ist wirklich schade. Ich mag die Doom-Musik. Das ist so. 8-Bit-Ära. Nein. Doch. War das schon 16-Bit? Nö. Ich laber schon wieder Mist, glaube ich. Gut, was heißt glaube ich? Wahrscheinlich. Er will immer halt. Aber. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Gut, dass ich gespeichert habe. Oh, die unsichtbaren. Die unsichtbaren, die nicht unsichtbar sind. Sie ist sichtbar. Ich brauche jetzt ein ganz großes Medikit. Ganz groß. Ganz, ganz groß. Du bist kein Medikit. Du bist. Und alles schießt auf mich und hinter mir ist nix. Zum Glück. Zum Glück. Und woher kommt dieses Blut? Das ist nicht von mir. Und du hrn, nirgends was. Medikit's. Ich will doch nur ein Medikit oder zwei oder drei. So was. Ja genau. Ihr nervt, geht weg. Geht sterben. Noch mehr. Ganz toll. Oh, Medikit. Hast du noch was? Ja, ich wie gleich sterb. Schnauze. Oh nee, ist echt kein Musik. Kommt ihr vielleicht mal irgendwann rein? Nein. Ach, schade. Na, hört man mich besser. Oh, als ob das jemand wollte. Als wenn man mich hören wollte. Ihr guckt euch das Let's Play doch eh nur an, um die Musik zu hören, oder? Oh, hilf, hilf. Treppe. Oh, scheiße. Ich hab' noch gedacht, da war noch irgendwas. Und die haben sich gegenseitig erschossen, oder? So was, wir sind schon wieder fast Tode. Nein! 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 Scheiße. Ja, ich hasse diese Viecher, ich hasse sie einfach. Jeder der Zoom-Spieler hasst, hasst diese Viecher, glaube ich. Und, ich krieg die falsche Schriftflinde, ich will die nicht zu viel, nur nicht zu verschwenden. Und, ah, stöhnt halt nicht da und da rum. Habt ihr denn bloß volle Untotzeit, oder? Noch so einer. Oh, komm! Das ist ja nicht so Schwein. Also, hilf. Und, ich will dann... Ach, stepp. Ah ja, tötet euch gegenseitig. Ich lass euch den Spaß. Schön, dass du auch. Wo kommen denn die alle her? Ach, der ist aus der Hölle, glaube ich, ne? Gegner. Ja, ja, stirb. Das war nicht mein. Ruhe! Doppel, doppelläufige, doppel. Ah, klasse, keine Ahnung. Beiden, stirb. Stirb. Ruhe da jetzt. Ich will Ordnung in meinem Haus. Na, jetzt wieder weglaufen. Ja, ja, feigelegt. Wo ist der Zweite? Wo ist der? Ah! So vorbeischießen kann doch nur ich. Den Schalter hebe ich mir für später auf. Macht eh nur die Tür runter, ich schaue, was da unten noch ist. Und da ist Gift. Toll. Ganz toll. Und ein Gegner. Den schießen wir noch nieder. Ich rufe in der. Shotgun. Yeah. Äh, heißt das, ich muss jetzt da... Was ist da noch? Auch Gift, stimmt's? Ja. Gift. Komm, ich werde weiter. Oder sterbe ich, wenn ich weitergehe. Toll. Okay, dann nehmen wir... Nein. BFC wäre ein bisschen übertrieben, oder? Yeah, das ist die richtige... Abkommen! Und was kriege ich? Eine Strohflinte. Ganz toll. Ja, genau. Gibt doch mal was, was ich brauchen kann. Was brauche ich denn? Gute Frage. Raketen. Und... Cengern. Nach der Pistole gleich die Nussluss ist einfach ein Spiel. Aber ich nehme sie trotzdem mal. Würden wir nicht alle hier Cengern. Feuerbälle hier nach mir schmeißen. Ich glaube, es geht los. Und... Noch mehr Gegner. Und... Zahne, das ist dann noch... Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Was wäre soweit gewesen? Waren das jetzt alle? Nein, da drückt nur noch einer. Ich tue dich auch noch mit den Cengern. Und dich auch noch... Wenn ich dich treffen würde. Treffe ich dich. Und... Noch einer ist... Mensch. Was ist das jetzt? Ich bin vorsichtig. Der hat Siegelengel? Ich hasse diese Viecher. Raketenwerfer? Nein. Schnauze. Geh doch. Noch was? Okay, genug Spaß. Cut. Got it. Gut. True.